Ich sage, ich lebe schon in Deutschland, nach schon 30 Jahren. Deutschland ist immer sehr freundlich, Hals, Maul! Deutschland ist immer sehr rechtzeitig. Hier spricht die Deutsche Bahn. Sie haben 55 Minuten, Verspätung. Und ich muss euch sagen, 1, 2, 1, 2, 3, 4, Messi-Bude, sage ich, ich sage, Messi-Bude. Deutschland ist so eine Messi-Bude aus. Was das?